Wenn wir hier raus sind und das alles hinter uns haben, was willst du dann als erstes machen? Ich werde das nächste Kaffee stürmen und mir einen heißen Kakao gönnen. Dazu nimmst du ein Stück Apfelkuh. Ganz genau. Nach langer Zeit hinter Gittern will er ein neues Leben anfangen. Heißt du Ashley? Von diesem Lächeln träume ich schon. Wer weiß wie lange. Mit der Frau seiner Träume. Immer wenn ich deine Briefe gelesen habe, dachte ich, hier wird einer zu Unrecht als Verbrecher hingestellt. Und wenn ich gleich wiederkomme, erwarte ich, dass du nichts weiter trägst als eine Zuckerstange. Willkommen daheim, Knacki. Schwesterchen. Aber zwischen den beiden und dem siebten Himmel. Was wollt ihr von mir? Ich kenne alle deine Briefe. Er weiß von deiner Arbeit im Spielcasino. Steht eine skrupellose Gang, die mit seiner Hilfe das größte Casino des Staates überfallen will. Es ist immer das Gleiche. Ich treffe endlich einen Mann, in den ich mich verliebe und mein Bruder ist noch schärfer auf den als ich. Ihr wollt das über meinen früheren Job erfahren? Dann besorgt mir einen Becher heißen Kakao und ein Stück Apfelkuchen. Na dann schieß los. Ich könnte noch ein paar Zwiebelringe vertragen. Was mit Liebe beginnt. Denk an die vielen Briefe, die du geschrieben hast. Es hieß wir beide gegen den Rest der Welt. Wir können es schaffen, wenn du tust, was er will. Kann mit Mord und Totschlag enden. Was meinst du, was passiert? Denkst du im Ernst, dass er mich dann einfach gehen lässt? Nein, der wird mich über den Haufen schießen. Ich bin eiskalt. Ihr sorgt für eine nette Verkleidung. Ihr schickt mich in dieses Indianer Casino verkleidet als Cowboy. Entweder so oder im Ballettrückchen. Hey, er hat sich mit dem Geschäftsführer unterhalten. Ich hab so ein blödes Gefühl, dass du nicht ganz ehrlich bist. Er hat die Briefe nicht gefunden, stimmt's? Du hast sie ihm gezeigt. Du hängst da auch mit rum. Das ist nicht wahr, ich liebe dich. Willst du Zicken machen? Na dann, pass auf. Regel Nummer eins. Niemals einen Autotyp an Steuer lassen. Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize Theron. Im Noin-Thriller von John Frankenheimer. Wow. Wow. Wild Christmas. Das Spiel ist vorbei. Noch nicht. Wir sind vorbei. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR.